Ich möchte Ihnen unser selbstentwickeltes Online-Bedienungs- und Verwaltungssystem Hörmann Access Control für Poller und Schranken vorstellen. Die Bedienung erfolgt über die Web-Oberfläche Online Control und ermöglicht eine komfortable Regelung der Ein- und Ausfahrten. Mit dem HAC können Poller und Schranken aus der Entfernung bedient und überwacht werden. Wie zum Beispiel bei Pollern das Heben und das Senken, Statusanzeigen sowie Erkennung von Anfasschäden. Auch Meldungen wie Öffnungen, Schließungen und Manipulationen werden protokolliert und durch das System nachvollziehbar dargestellt. Das ermöglicht schnelle und effiziente Serviceeinsätze und spart Kosten. Die Bedienung und Ausweisverwaltung erfolgt einfach über den Webbrowser mit stationären oder mobilen Geräten. Bis zu 2000 Ausweismedien können so zur Durchfallsregelung verwaltet werden und individuelle Berechtigungen vergeben werden. Mit HAC können sowohl Einzel- als auch Gruppenanlagen zentral gesteuert und verwaltet werden. Hörmann Access Control ist bei allen Schranken serienmäßig vorgerüstet und für automatische Poller optional erhältlich.